Hallo, mein Name ist Chris Kramer, ich begrüße euch hier auf meinem YouTube-Kanal und will euch in diesem Video kurz sagen, was euch in den nächsten Wochen und Monaten hier erwartet. Es wird wie immer jeden Sonntag ein Video geben, das bleibt so, aber jetzt gibt es erstmal eine kleine Sommerpause von den Workshops, von den Mundharmonika-Tutorials und ich zeige euch bis zum 11.9. Videos zusammen aus dem Konzert mit dem großartigen Boogie-Wooogie-Pianisten Jörg Hegemann, aus Witten, großartiger Typ, auch toll, spielt großartig und da hatten wir ein schönes Konzert zusammen, da gibt es dann mal so einen Ausschnitt und danach geht es dann weiter mit vier weiteren Videos Blues Harmonika Basics, dann ist diese kleine Reihe abgeschlossen, diese Videos gibt es wie immer in Deutsch und Englisch und danach starte ich eine neue Reihe, die da heißt Blues Harmonika Construction Kit. Da geht es dann im Baukastenprinzip so, dass ich euch immer kleine Häppchen, kleine Riffs zeige und die dann zu einem großen Ganzen zusammensetze und das läuft dann erstmal mehrere Monate so weiter. Parallel könnt ihr gerne, wenn ihr wollt, meinen zweiten YouTube-Kanal, die kleine Mundharmonika, wo ich Kinder besuche, wo ich Kinder auf der Junior habe, mit vier Kanälen, in C-Dur, die C-Dur Tonleiter, wo ich da Kindern zeige, wie man eben mit den acht Tönen der C-Dur Tonleiter Lieder spielt. Da geht es dann auch nachher um Weihnachtslieder. Das ist eigentlich für Kinder gedacht, aber vielleicht seid ihr Großeltern oder Eltern und habt da auch Lust mitzumachen oder ihr wollt einfach selbst auch Weihnachtslieder lernen. Da kriegt ihr gleich auch einen Hinweis, wie ihr da hinkommt. Dann wisst ihr so Bescheid, was euch jetzt hier erwartet. Ich danke euch für euer Interesse und ich hoffe, wir sehen uns hier wieder. Euer Chris Kramer. Glück auf!